Ja Leute, ihr habt es schon am Titel gelesen, Comeback der DDR-Oberliga-Ostliga und denkt euch jetzt, Max, arbeitest du mit der BILD zusammen oder wie sieht das Ganze aus? Nein, tatsächlich hat es der MDR in den Raum geworfen, schon vor zwei Tagen und jetzt auch nochmal Liga 3 online, da wollte ich ein bisschen näher drauf eingehen, weil es natürlich uns betrifft und eigentlich gar nicht so eine blöde Idee ist. Jetzt so vom ersten Klang her, wieder die DDR-Oberliga zurückbringen, eine Ostliga, das hätte schon was, aber ob das Ganze umsetzbar ist, natürlich schwierig, alleine, weil es auch so viel Tradition und natürlich auch Rivalität zwischen den einzelnen Teams gibt, wie das Ganze dann mit den Fans abläuft, vielleicht kann man da auch so einen kleinen Turniermodus machen, wie einen Hallenmodus damals noch, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern. Das Ganze ist vom Halleschen FC, beziehungsweise von Rauschenbach ins Leben gerufen worden, wir beschäftigen uns mit diesem Turnierformat und sind im Austausch mit anderen Vereinen. Genauere Details etwa zum konkreten Modus, den Teilnehmern oder dem Zeitraum, wollte Rauschenbach noch nicht verraten, denkbar wäre eine Liga oder auch ein Pokalmodus. Also meiner Meinung nach wäre das schon extrem geil, nur dann hat man wieder dieses Ost-West-Denken, was natürlich viele auch gar nicht mehr hören können. Und das nächste Problem, das steht hier weiter unten natürlich auch, ihr wisst ja, gefühlt jedes Spiel ist ein Derby, die Fans sind extrem leidenschaftlich dabei, es kann auch mal knallen im schlimmsten Fall und ob da die Polizei dann drauf Bock hat, ist noch mal was anderes. Also ich hätte nichts dagegen, müsste man halt auch schauen, ob die Spieler natürlich darauf Bock hätten, noch mal mehr Spiele zu spielen, dementsprechend werden sie dann vielleicht ein bisschen mehr Vergütung bekommen, also ja, weiß nicht, wie man das dann umsetzen will, Verletzungen und so weiter dann in der Winterpause während der WM, ob man das dann verkraften kann, können natürlich auftreten oder man macht dann zweimal 30 Minuten draus. Ja, das ist halt alles noch relativ ungenau. Deswegen kann ich mir das auch irgendwie nicht vorstellen, dass es schon diesen Winter kommt. Und es wäre natürlich irgendwie mal was Neues, ich hätte Bock drauf, aber ja, die Umsetzung, die ist extrem schwierig. Wie seht ihr das Ganze? Hättet ihr Lust auf sowas? Hier seht ihr es dann nochmal als Teilnehmer, kommen Vereine wie Union Berlin, Hanse Rostock, Dynamo Dresden, der 1. FC Magdeburg, Erzgebirge Aue, der Hallesche FC, Zwickau, BFC Dynamo, Jena, Rot-Weiß Erfurt, so geile Vereine, Cottbus, Lok Leipzig, Chemie Leipzig und der Chemnitzer FC in Frage. Also das hätte schon was, das hätte schon was, nur da muss man halt wirklich schauen, wie das Ganze, ja, umsetzbar sein soll, so ein Pokal, ne, dass man da irgendwie noch, ähm, ja, keine Ahnung, weiteren Wettbewerb hat. Ich könnte mir das schon vorstellen, nur würde man dann auch, sag ich mal, sich wieder ein bisschen trennen vom, ja, Westen in Anführungszeichen. Also, ähm, die haben ja kein eigenes Turnier und dann gibt's da wieder Diskussionen, hier, bla, bla, ja, ist alles schwierig und auch mit den Stadien, sag ich mal. Wenn dann Hansa jetzt gegen Dresden wieder spielt oder, keine Ahnung, Cottbus gegen Hansa im Stadion der Freundschaft oder im Ostseestadion, wird man da, sag ich mal, dann vielleicht einen neutralen Ort finden müssen, wie zum Beispiel das Olympiastadion in Berlin, dass da dann alle Spiele gespielt werden, hat da überhaupt irgendein Verein Bock drauf, ne, wenn's da dann wirklich scheiß hergehen sollte. Alles schwierig, ich wollte's euch einfach mal zeigen. Hättet ihr Bock auf sowas, könntet ihr euch das vorstellen? Wäre schon nice, nur da gibt's dann natürlich auch viele, ja, weitere Faktoren, die man halt wirklich bedenken muss. Erstens haben die Spieler dann vielleicht gar nicht so Lust drauf, noch mehr Spiele zu spielen. Ich mein, es gibt ja dann noch die Liga, klar, die WM, die dauert jetzt ein bisschen länger. Da hätte man oder könnte man so einen Modus vielleicht echt bringen. Aber alles im einen wage ich das zu bezweifeln, auch wenn es sich erstmal auf den ersten Eindruck und ersten Lesen schon geil anhört. Hättet ihr Lust auf so eine DDR-Oberliga und würde euer Verein dann da auch mitmachen? Das könnt ihr alles gerne reinballern. Und jetzt bleibt stabil, macht's gut und bis zum nächsten Mal.